Eichelchen, haben Sie eine Erfindung, mit der wir den Theodaktylus ablenken können? Was für eine Frage! Nö! Na dann, herzlich willkommen auf der Welt, du Kleiner! Alter, hat der echt diesen Goldgräbertypen gefressen? Wie unappetitlich! Es geht mir gut! Was machen wir nur? Was machen wir nur? Wir müssen uns in einer Linie aufstellen. Wie bitte? Die Augen von dem Knirch liegen so weit auseinander, dass er nicht sehen kann, was direkt vor ihm ist. Suus, du hast schon den ganzen Tag daneben gelegen, aber das ist ja jetzt mit... Alter, hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge verbockt. Ich bin manchmal recht holpert, das ist nicht immer nur liebenswert. Aber ich bitte dich als mein Freund, vertrau mir nur dieses eine Mal. Bleib dicht hinter mir, Leute! Hallo! Uig! Ich bin jetzt immer wieder! H Yup! Ich bin jetzt nicht nur אחri deve gedacht, auf deinem Buch! Wie war das, Leibk